Was wollen wir? Abschalten! Was wollen wir? Abschalten! 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 Gegen Atomkraft, wie man vielleicht schon erkennen kann, hier direkt vor der Zentrale der ENBB, die ja ein Konzern ist, die Atomkraft betreibt und ein paar Sachen dazu sagen wird. Alle Atomkraftwerke sofort abschalten! Und weil sie genau wissen, dass sie das nicht wollen und sich kennen, müssen wir alle Atomkraftwerke sofort abschalten. Wie zum Beispiel durch Streiks in der Schule oder Streiks in den Betrieben oder Streiks in den Universitäten oder auf andere Art und Weise. Und zwar unverzüglich, wir lassen uns nicht auf faule Kompromisse von Rot-Grün oder auf eine Verlängerung der Laufzeit der Kraftwerke von Schwarz-Gelb ein. Und sagen wir machen es nochmal deutlich. Was wollen wir? Abschalten! Was wollen wir? Abschalten! Was wollen wir? Abschalten! 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 Aber wir stehen neben der Befreiung von dem Atomkraft.